Ahoi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute gleich zwei Besonderheiten in meinem Video. Die Nummer eins ist, ich filme heute nicht mit meiner normalen Kamera, sondern ich filme hier mit einer Action-Kamera. Und zwar habe ich mir von DJI die Osmo Action 4 besorgt. Ich hatte vorher die Einser und jetzt ist mir die Vierer zugelegt. Wollte jetzt einfach mal testen, wie so der Ton und das Bild direkt aus der Kamera so ist. Also keine Angst, in Zukunft kommen die Videos nochmal ganz normal in gewohnter Qualität. Aber ich dachte so kann ich mit einer Fliege zwei Klappen, nein mit einer Klappe zwei Fliege schlagen und kann direkt mal testen, was die Kamera so kann. Vor allem wie sie innen so ist, ob das Licht passt, weil das war bei der Einser etwas schwierig. Die war sehr schlecht in dunklen Umgebungen, aber hier die soll besser sein. Schauen wir mal. Das Zweite ist, ich stelle euch heute zwei Alben bzw. zwei Bands vor, die ich mir nicht auf Schallplatte, sondern auf Kassette gekauft habe. Das hat folgenden Hintergrund und zwar bin ich in einer Gruppe, in einer Facebook-Gruppe. Da geht es so um Tausch und Angebote von Kassetten und ich habe da zwei Kassetten bzw. vier Kassetten mir bestellt und zwei Kassetten fand ich besonders interessant, weil ich die früher eigentlich hoch und runter gehört habe auf CD. Das eine ist noch eine selbst gebrannte CD, das andere war gekaufte CD, aber die sind nicht so alltäglich. Ich denke mal so Alben wie Beatles, Queen und so weiter, das bekommt man noch auf Kassetten als Originale. Aber diese Kassetten habe ich vorher noch nie als Originale gesehen und da das eigentlich mal eine Musikrichtung ist, dachte ich, das ist interessant, die legst du dazu und dann stelle ich die beiden Bands und die beiden Alben vor. Natürlich kann man das Ganze auch auf die Schadplatten projizieren, das gibt es immer noch als Platten zu kaufen, aber wir machen es heute mal als Kassette. Und zwar fangen wir mit der ersten Band an. Das ist die Band, kann man es sehen? Bisschen Spiegel, bisschen Esch. Und zwar Esch ist eine nordirische Band, die haben sich früher so als Alternative-Brit-Bob-Band verkauft. Die kommen aus den 90er Jahren, ich habe es hier aufgeschrieben, gegründet, 94 und die haben 96 mit dem Album 1977, heißt es, so ihren Durchbruch gehabt. Da waren dann Lieder drauf wie Girl from Mars, Goldfinger. Warum heißt das Album 1977? Man kann es vielleicht schon vorstellen, also zwei Bandmitglieder sind 1977 geboren. Dann haben sie noch gesagt, da damals die Star-Wars-Reihe in die Kinos gekommen sind, das war auch 1977, das war noch ein Aufhänger dafür und 1977 war so die Hochzeit und die Prunkzeit des Punks. Also ich nehme an, dass die drei Parameter dazu geführt haben, dass das Album 1977 heißt. Ja, wie gesagt, gibt es nicht überall die Kassette. Das ist eine ganz normale, ja, ganz normale handelsübliche Kassette. Habe die relativ günstig bekommen, qualitativ ist es gut. Klar, natürlich Kassetten sind immer schlechter wie jetzt eine CD oder wie eine Schreibplatte, aber habe mich gefreut, dass ich die gefunden habe. Die machen so Richtung, geht so in die Richtung Britpop, aber so ein bisschen rauer, bisschen ruppiger Rock, sehr Gitarren-lastig, nicht so mehrstimmiger Gesang, wie man das normalerweise von Britpop-Bands kennt, sondern eher so ein bisschen rau. Ich habe davon auch mir damals, man sieht es hier noch, die Single gekauft. Das war, oh yeah, genau, das war die Single. Und dann passend dazu noch das Album. Das ist auch das gleiche Album, was ich jetzt eben jetzt hier als Kassette gezeigt habe. Die haben ihr letztes Album, kam aus 2007. Die Band hat sich aber irgendwie nie offiziell aufgelöst. Sie haben nur gesagt, wir machen keine Alben mehr und wählen dann noch Single-Auskopplungen, die dann irgendwo auf Semper zu finden sind. Ich habe das Ganze jetzt nicht mehr so verfolgt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie noch mal was gemacht haben oder nicht. Ich kenne auch eigentlich von ECH nur diese eine CD. Also es gibt mehrere Alben, aber ich selbst kenne nur dieses Album. Und das hat mir dann auch gereicht. Ich finde es gut, aber wäre jetzt keine Band, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt jedes Album davon haben. So, kommen wir zur zweiten Band, beziehungsweise zum zweiten Album. Und zwar ist das die Band Dodgy. Kann man sehen. Sogar noch ein Originalaufkleber auf der Kassettenhülle. Finde ich sehr schön. Ja, auch eine normale Kassette. Schönes Inle dabei. Kann man noch aufklappen. Ein paar Informationen. Das ist eigentlich immer das ganz Schöne bei den Kassetten gewesen. So ähnlich wie bei Schallplatten, dass da schon noch ein bisschen Infomaterial dabei war. Ja, und zu dieser Band muss ich sagen, da habe ich damals noch in meiner Ausbildungszeit mir die CD selbst gebrannt. Das war von einem Kollegen. Der hat mir die empfohlen. Und der hat die auf CD gehabt und ich habe das gebrannt. Aber irgendwie ist die Band dann auch in der Vergessenheit geraten, weil durch die MP3 und Streaming-Angelegenheiten habe ich dann irgendwie meine CDs nicht mehr gehört. Hat auch keinen CD-Player mehr. Deswegen habe ich da irgendwie dann nachher nichts mehr davon gehört. Mich jetzt noch mal ein bisschen informiert. Und zwar Doji selbst ist auch eigentlich eine Britpop-Band oder beziehungsweise in der Britpop-Welle damals rausgekommen. Und unterscheidet sich aber sehr von Esch, weil die sehr, sehr melodische Lieder haben. Die haben Bläsersatz in ihren Aufnahmen, Xylophon teilweise, bisschen Akustik-Gitarre. Also sehr, sehr abwechslungsreich und vor allem auch mehrstimmiger Gesang. Das klingt schon eher so wie damals Beatles. Also das ist qualitativ auf jeden Fall viel, viel hochwertiger wie Esch. Und da habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht. Das ist eine englische Band. Also Rockband ist damals eigentlich so verkauft worden. 1990 gegründet. Dieses Album hier kam auch in der Mitte der 90er raus. Die haben insgesamt sechs Studio-Alben. Und ich habe mich mal belesen. Also ich glaube, die Band tourt immer noch. Aber ihr letztes Album haben sie 2016 rausgebracht. Da habe ich mal reingehört in den Streamingdienst. Und habe mir die dann auch besorgt als Schallplatte. Also noch original eingepackt. Noch nicht reingehört. Also nur, wie gesagt, bestreamt. Da muss ich sagen, die Platte ist fantastisch. Also unterscheidet sich nochmal von dem ersten Album, das ich vorgestellt habe. Ist viel melodischer und so. Aber mach mal ein extra Video. Da will ich jetzt nicht zu viel erzählen davon. Nur wie gesagt, die Band Doji kann ich jedem nur ans Herz legen. Wer ein bisschen hochwertigere, qualitativ aufwendigere Aufnahmen will haben von der Britpop-Zeit damals. Das kann man nicht vergleichen mit Oasis, nicht mit Esch oder auch nicht mit Stone Roses, egal was es damals gab. Das ist schon eine Spur oben drüber, finde ich. Und schon qualitativ, wie gesagt, hochwertiger. Nicht nur von den Aufnahmen, sondern auch vom Arrangement von den einzelnen Stücken ist das eigentlich eine ganz fantastische, hervorragende Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch schon ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte euch zwei Bands ein bisschen näher bringen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Wie gesagt, mich hat es gefreut, dass ich die beiden Kassetten gefunden habe, weil das nicht so ganz alltägliche Bands sind. Und ich die, wie gesagt, früher sehr, sehr gern gehört habe. Wenn es euch gefallen hat, das Video, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und wie gesagt, mit dem Ton und mit dem Bild könnt ihr euch mal schreiben, wie es so war. Wie gesagt, nur ein Test wird in Zukunft nochmal ganz normal mit der Kamera aufgenommen werden. Also, dann würde ich sagen, das war's und bis dann!